Hey Leute, ich bin Lea Schüller und ich nehme euch jetzt mit zu mir nach Hause und zeige euch, wie so ein ganz normaler Tag nach dem Training bei mir aussieht. Heute mache ich Nudeln mit Gemüse und Hähnchen. Ist einfach praktisch, weil ich mich um nichts mehr kümmern muss. Dann schneide ich das Gemüse, breite es in der Pfanne an und zu den Nudeln kommt noch etwas Pesto. So, fertig. Alles drin, Kohlenhydrate, Vitamine und Ballaststoffe und Proteine. Jetzt ein bisschen Uni. Ich finde es wichtig, ein zweites Standbein zu haben, damit ich nach dem Fußball eine zweite Karriere aufbauen kann. So, fertig für heute mit Lernen. Ich packe jetzt noch meine Tasche für morgen. Da wir unsere Fußball-Sachen am Campus haben, jetzt ist Schlafenzeit. Kommt wieder für den zweiten Teil.